Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Gezuchen Sie ihn! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Zerfahrt! Gezuchen Sie mir Fägelein! 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 Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen werden!